Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist. Ja, überrascht? Ich auch. Urlaub ist spontan früher zu Ende gegangen. Dementsprechend haben wir die Zeit, hier eine weitere ÖPNV News vorzubereiten. Und das auch zu Recht, denn es gab wieder viel, was passiert ist diese Woche. Und deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Lotus Addon Düsseldorf hat ein neues Update bekommen. Es handelt sich dabei größtenteils um Bugfixes an der Map und an den Fahrzeugen. Um das Addon weiter im Multiplayer fahren zu können, ist das 1,3 GB große Update zwingend erforderlich. Unter anderem gab es hier Fixes beim B80D. Sicherheitsschleife wird nun richtig übergeben. Tür und Sicherheitsschleife können überbrückt werden. Schleppschleiter wurde verscriptet. Noch keine Abschaltung der Kommunikation. Einige Echtzeit-Hins wurden hinzugefügt. RLB-Position für Kaiserswert korrigiert. Beim GT8SU wurde der Scheibenwächer B gefixt. Beim B4 Fahrzeugkategorie wurde jetzt korrigiert. Und einiges an der Map wurde hier verbessert. Unter anderem haben wir jetzt in Löhrik einige Torrarfehler. Böhler Straße behoben. Details Schleifenausfahrt ergänzt. Löhriker Straße. Unschöne Stellen am Übergang. Rillenschiene. Schottergleis wurden gefixt. Einzelne Gehwege an Einfahrten Richtung Löhrik wurden ausgebessert. Asphaltfarm. Gräben, Bräucher, Weg wurden angepasst. Belsenplatz. Höhe der Häuser angepasst. KI-Fahrt in der Höhe angepasst. Details ergänzt. Oberleitungsaufhängung hinzugefügt. Und so weiter und so fort. Es gab aber auch neuen Content. Weitere Häuser für die Luke-Allee wurden hinzugefügt. Und weitere Poller und Geländer wurden ebenfalls hinzugefügt. Und Tante Edith ergänzt. Habe mich leider bei der Map-Version vergriffen. Ich katapultiere die richtige schnell hinterher. Hier gab es nämlich zum Release des neuen Updates einen kleinen Fehler. Der wurde jetzt aber bereits ausgehoben. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Man kann jetzt in Düsseldorf im Multiplayer mit KI-Fahrzeugen spielen. Und wir haben es bereits getestet. Schaut euch das am besten nächste Woche direkt mal an. Ein neues Add-on wurde angekündigt für Lotus. Stuttgart Add-on für Lotus. Gebaut von Martin an Zug und Hobby und Teddybob für den Lotus-Simulator. Gebaut wird die Linie U14 von S. Mühlhausen nach Hauptbahnhof S. Hässlach und Linie U1 von Fellbach nach S. Wehingen Bahnhof. Und die Linie U6 von Gerlingen Flughafen Messe U16 von S. Giebel nach Fellbach. Es sind vielleicht noch mehr Linien geplant. Zuerst wird die Linie U14 gebaut. Es wird ein reales Add-on von Stuttgart. Es ist kostenlos auf Steam Workshop zu bekommen. Die Version 1.1 ist jetzt schon erhältlich. In der Version 1.2 werden wir reale Objekte nachliefern und diese dann auf Steam veröffentlichen. So heißt es aktuell von dem Add-on Stuttgart. Wenn es neue Informationen gibt, werden wir euch dementsprechend natürlich wieder auf dem Laufenden halten. Nun ist es also heraus. Gestern erschien die Vereinsnachricht beim Verein Historische S-Bahn Berlin e.V. Mit der Nachricht, welches Fahrzeug im Add-on S25, es hat inzwischen auch einen Namen, mitten durch Berlin enthalten sein wird. Der Nieten-Rekro 476.3 mit einlösiger Bremse. Im Gegensatz zu West-Berlin war in der Hauptstadt der DDR die S-Bahn ein beliebtes und umfänglich genutztes Verkehrsmittel. Als Ende der 70er die Beschaffung von Neubaufahrzeugen nicht so recht in die Gänge kam, entschloss sich die Deutsche Reichsbahn, den Bestand an Altfahrzeugen zu modernisieren. Als KI-Fahrzeug werden im Add-on vertreten sein Baureihe 481, 482, 143, Doppelstockwagen, IC-Wagen und Knickkesselwagen. Da inzwischen auch die Baureihe 481, 82 bei Trendteam Berlin erschienen ist, bleibt mitzuteilen, dass die für den Betrieb dieser Baureihe benötigten Gleistrigger im Add-on mitten durch Berlin enthalten sein werden. Unser Fahrzeug wurde modelliert und gescriptet von Niklas Lindner. Mike Golds hat bei dem Skripten und bei der Vertonung des Taz-Lagersantriebs geholfen. Kritisch beäugt wurde das Modell von qualifizierten Mitgliedern des Vereinshistorische S-Bahn Berlin e.V. Somit hat es jetzt einen Namen, somit wissen wir jetzt, welches Fahrzeug dazukommt. Wir waren echt überrascht gewesen, wir sind ja alle von dem Berliner Toaster ausgegangen. Dass es jetzt aber die 476 wird, damit hätte wohl keiner gerechnet. Wir freuen uns umso mehr auf dieses Add-on. Wann es natürlich erscheint, ist allerdings noch nicht bekannt. Da müssen wir weiterhin warten, auch was es kostet, ist noch nicht bekannt. Sobald wir aber dort mehr Infos haben, lassen wir es euch natürlich wissen. Der Release von Trainsome World 2 wird verschoben. Ursprünglich sollte Trainsome World 2 am 6. August 2020 erscheinen. Neuer Release-Termin ist der 20. August 2020. Daftair Games schreibt als Grund in ihrem News-Eintrag. In den letzten Wochen haben wir uns das Feedback zur Ankündigung von Trainsome World 2 sehr genau angeschaut. Die bisherige Reaktion war äußerst hilfreich und wir können es kaum erwarten, das neue Spiel zu veröffentlichen. Euer Feedback insbesondere zu Pre-Reserved Collection ist der Grund der heutigen Ankündigung. Die vorhandenen Trainsome World Add-ons sollten ursprünglich nur erhalten bleiben, sodass ihr eure Sammlung an DLCs von Trainsome World in Trainsome World 2 behalten könnt, ohne DLCs erneut kaufen zu müssen. Nach dem Feedback war klar, dass euch das nicht ausreicht. Zu diesem Zweck nehmen wir uns zusätzlich Zeit, um zusätzliche Funktionen in den bestehenden DLCs hinzuzufügen, damit die DLCs auch im Trainsome World 2 Szenario-Planer verfügbar sind. Das war vorher so nicht geplant. Was bedeutet das? Ihr könnt eure vorhandenen DLCs zusammen mit Trainsome World 2 Inhalten und zukünftigen DLCs verwenden, wenn ihr neue Szenarien erstellen möchtet. So kann zum Beispiel die Baureihe 425 aus dem Hauptstrecken-Rhein-Ruhr-DLC auch auf der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen in eigens erstellten Szenarien mit eingesetzt werden. Um dies zu erreichen, mussten wir uns sowohl den Veröffentlichungstermin für Trainsome World 2 als auch unseren Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus während Covid-19 neu planen und die zusätzlichen Arbeiten berücksichtigen, die erforderlich sind, um Pre-Served Collection Add-ons in Trainsome World 2 zu integrieren. Es wurde die Entscheidung getroffen, das Erscheinungsdatum von Trainsome World 2 auf den 20. August zu verschieben. Die erste Phase der Pre-Served Collection Add-ons wird zusammen mit dem Spiel veröffentlicht. Somit sind die ersten DLCs von Trainsome World auch beim Start von Trainsome World 2 direkt verfügbar. Weitere DLCs aus Trainsome World werden in den nächsten Monaten folgen. Duftail Games verspricht, die Preise werden nicht geändert und ihre vorhandenen Add-ons können in Trainsome World 2 weiterhin kostenlos heruntergeladen werden, sobald sie verfügbar sind. Your Collections comes with you war so viel bedeutet, wie alle DLCs, die ihr bereits bei Trainsome World erworben habt, werden später auch in Trainsome World 2 problemlos verfügbar sein. Zum Start gibt es die Strecke East Coastway, Penisola Corridor, Carlton Train MP36PH, Carlton Train MP15DC und die Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Später denn im September sollen die Strecken Tees Valley Line, BR Class 31, BR Class 20 Shopper, Long Island, Railroad New York, Hicksville, Lear M3 Emo, Hursieg Norden, Hagen, Fintrop und die DB BR 155 geupdatet werden. Dementsprechend haben wir jetzt hier so einen kleinen Plan, in welche Richtung es geht, ist zwar schade, aber ich finde, das ist ein wichtiger Schritt, um natürlich die Kunden nicht zu verärgern, die alle DLCs für Trainsome World gekauft haben, die können natürlich jetzt mehr erwarten jetzt in Trainsome World 2, wenn man dort jetzt auch noch eigene Szenarien planen kann. Es gibt auch mal wieder was Neues hier von The Buzz. So hat TMS Studios bekannt gegeben, dass man zu Gamescom mehr Details verraten möchte. Eventuell können wir hier vielleicht sogar mit einem neuen Gameplay Trailer rechnen, eventuell vielleicht sogar schon einen Release Termin, Gabenpreis. All das müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aufgrund von Covid-19 ist es jetzt aktuell leider ja nicht möglich, dass wir auf die Gamescom gehen können, aber es wird ja ein Livestream geben, wo halt viele Publisher, viele Entwickler auch ihre Spiele und Produkte natürlich vorstellen können. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch TMS Studios sich nicht nehmen lassen, dementsprechend mal neues Gameplay-Material von The Buzz vorzustellen. Sobald wir hier wieder neue Infos haben, wollen wir euch das natürlich wieder direkt zukommen lassen. Sobald es da vielleicht einen Livestream gibt zur Gamescom-Zeit, denn wenn wir uns das Ganze gemeinsam hier anschauen auf dem Kanal, dementsprechend unbedingt dranbleiben, wenn ihr mehr wissen wollt von The Buzz. Aktuell ist es ja immer noch sehr, sehr duster mit Informationen rund um The Buzz. Wann hier was erscheint, wie gesagt, erfahrt ihr denn hier bei uns. Seit langem gibt es wieder Informationen von der meist erwarteten Simulation aus dem Jahr 2020 vom Microsoft Flight Simulator. Nun stehen endlich Preise und Release-Datum fest. Der Microsoft Flight Simulator erscheint voraussichtlich am 18. August 2020. Folgende Futures sind mit dabei. Eine lebendige Welt. Die Erde ist lebendig und verändert sich ständig. Ebenso wie die Welt vom Microsoft Flight Simulator, die Live-Verkehr, Echtzeitwetter und Tiere umfasst. Hochdetailierte Flugzeuge. Verbessern sie ihre Pilotenfähigkeiten in einer Vielzahl von Flugzeugen, von Leichtflugzeugen bis hin zu Verkehrsflugzeugen mit umfassenden Flugmodellen. Jedes Flugzeug verfügt über sehr detaillierte und genaue Cockpits mit realistischer Instrumentierung. Dynamisches Wetter. Mit der neuen Wetterengine können Benutzer den Live-Wetter-Modus einschalten, um Echtzeitwetter einschließlich genauer Windgeschwindigkeit und Richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und mehr zu erleben. Neuer Tag-Nacht-Engine. Erleben Sie den Flug zu jeder Tages- und Jahreszeit. Wobei Sie Nacht-VFR visuell Flugregeln und Navigation berücksichtigen müssen. Aerodynamische Modellierung. Eine hochmoderne Physik-Engine ermöglicht ein wirklich realistisches Erlebnis. Neues Checklist-System. Vom Profi bis zum Anfänger, vom vollständigen Handbuch bis zur vollständigen Unterstützung mit interaktiver und hervorgehobener Instrumentenführung und Checkliste. Detaillierte Landschaften. Tauchen Sie in die weite und wunderschöne Welt unseres Planeten mit mehr als 1,5 Milliarden Gebäuden, 2 Billionen Bäumen, Bergen, Straßen, Flüssen und vielem mehr. Eine lebendige Welt. Und nun, haltet euch fest. Nun reden wir über den Preis des Microsoft Flight Simulators. Viele andere und wir als ÖPNV-Team haben mit einem Abo-Modell gerechnet, wo man monatlich oder jährlich einen Betrag bezahlen muss, um den Microsoft Flight Simulator nutzen zu können. Und ja, was sollen wir sagen? Wir sind sehr überrascht gewesen, denn der Microsoft Flight Simulator ist als Einmalzahlung verfügbar. Das heißt, ihr zahlt einmalig für den Flight Simulator und erhaltet damit den Microsoft Flight Simulator 2020 für immer. Es werden insgesamt drei verschiedene Versionen angeboten. Eine Standard Edition, eine Deluxe Edition und eine Premium Deluxe Edition. In der Standard Version enthalten sind insgesamt 20 Flugzeuge und 30 hochdetailliert ausmodellierte Flughäfen. Als Flugzeuge enthalten sind beispielsweise ein Airbus A320neo sowie verschiedene Beachcrafts und Chesna Flugzeugen. Bei den Flughäfen gibt es unter anderem den John F. Kennedy International Airport New York, den Los Angeles International Airport, den Charles de Gaulle Airport Paris und den Haneda Airport in Tokio. Die Standard Edition soll 69,99 Euro kosten. Diese Version ist im Xbox Game Pass enthalten. In der Deluxe Version sind alle Inhalte der Standard Version enthalten. Zusätzlich enthält die Deluxe Version weitere fünf Flugzeuge und fünf weitere Flughäfen. Somit sind das insgesamt 25 Flugzeuge und 35 hochdetailliert ausmodellierte Flughäfen. Zusätzlich in der Deluxe Version enthaltene Flughäfen sind beispielsweise der Amsterdam Airport Chipol und der Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport. Die Deluxe Edition soll 89,99 Euro kosten. In der Premium Deluxe Version sind alle Inhalte der Standard Version und der Deluxe Version enthalten. Zusätzlich enthält die Premium Deluxe Version weitere fünf Flugzeuge und fünf weitere Flughäfen. Somit sind es insgesamt 30 Flugzeuge und 40 hochdetailliert ausmodellierte Flughäfen. Zusätzlich in der Premium Deluxe Version enthaltene Flughäfen sind beispielsweise der Frankfurt Airport, der Dubai International Airport und der Heathrow Airport London. Als Highlight in der Premium Deluxe Edition ist auch noch die Boeing 787-10 Dreamliner enthalten. Die Premium Deluxe Edition soll 119,99 Euro kosten. Insgesamt kann man über 37.000 Flughäfen im Microsoft Flight Simulator ansteuern. Die 30, 35 oder 40 Flughäfen der jeweiligen Version sind dafür per Hand gebaut worden. Jetzt wisst ihr die beiden wichtigsten Informationen zum Flight Simulator. Wann die Simulation des Jahres erscheint und was der Spaß kostet. Eine Boxversion wird es auch geben. Diese könnt ihr sogar bei Aerosoft im Online-Shop erwerben. Schreibt uns mal in die Kommentare. Kauft ihr euch den Microsoft Flight Simulator 2020 und wenn ja, welche Versionen? Wir sind sehr, sehr drauf gespannt, wie ihr euch entscheidet. Bei mir steht es fest. Ich gehe natürlich gleich ins Ganze rein. Weiter geht es mit Omsi. Denn auch hier gibt es wieder etwas Neues. Die Metro-Buslinie M2 befindet sich im Endausbau und steht euch in Kürze zur Verfügung. Zu dem Testen ab Ende der Woche noch die Beta-Tester, die Buslinie und noch gegebenenfalls Änderungen vor Release vorzunehmen. Um ein rundes Erlebnis zu bekommen. Die Metro-Buslinie M2 ist 11,3 Kilometer lang und befördert in ca. 25 Minuten die Fahrgäste vom Nikolaus-Knopp-Platz bis zum Staufen-Platz. Dafür wurden rund 150 neue Gebäude entwickelt und entsprechend platziert. So wie viele neue, tolle kleine Objekte, um die Szenerie auszugestalten. Das wirklich Tolle an dieser Buslinie ist, sie gibt das perfekte Großstadtgefühl weiter. Die vielen großen Straßen und Hochhäuser machen sie wirklich gut auf die Strecke. Eberlinsee und Schinau bekommt eine Modded-Version. Die Karte wird seit über einem Jahr von drei Omsi Jahren angebaut, die seit langem nur noch zwei Leute sind. Die Map umfasst eine große Erweiterung sowie neue Linien. Sogar der Fuhrpark wird mit neuen Fahrzeugen ausgestattet, die sogar fahrfähig werden. Auf dem Dresden-Abschnitt hat sich zwar noch nicht so viel mehr getan, dafür liegen aber jetzt alle Gleise an der korrekten Stelle und demnächst folgen weitere Abschnitte. Zwischen dem Stadion und der Messe wird noch ein kleines Depot für die Meterspurwagen und ein paar Normalspurwagen entstehen. Deshalb verläuft die Strecke zwischen dem Depot und dem Stadion als Dualspur. Die Normalspurwagen, die aus dem Depot ausrücken oder in diesen einrücken, werden nicht durch die Wendeschleife fahren. So heißt es aktuell. Wir haben einen Link unten in der Videobeschreibung drin, einen Facebook-Link. Dort könnt ihr gerne raufklicken und dort findet ihr noch viel, viel mehr Informationen zu der Modded-Strecke. Schaut da am besten mal vorbei. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung einfach mal nachgucken. Und wir freuen uns sehr auf das Projekt. Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Neues vom Bus Simulator haben wir auch noch in den News. Und zwar erscheint jetzt am 22.07.2020 der Setra Bus Pack 1 DLC für den PC, der Xbox One und der Playstation 4. So heißt es aktuell. Wir freuen uns, euch heute den Releasetermin des nächsten Bus Packs für den Bus Simulator 18 auf PC und den Bus Simulator auf PS4 und Xbox One ankündigen zu dürfen. Der Setra Bus Pack 1 DLC wird am 22.07.2020 zum Preis von 4,99 Euro auf Steam im Playstation Store und im Microsoft Store erscheinen und zwei neue Setra Busse ins Spiel bringen. Als erstes Vorgeschmack hier schon mal ein paar Screenshots des Setra S412UL. Wir hoffen, er gefällt euch. So heißt es aktuell in einem Facebook-Post. Wir freuen uns da sehr drauf. Wir werden uns das bestimmt mal am 22.07.2020 direkt mal anschauen. Mal gucken, ob wir das auf PC oder auf der Playstation. Ich denke mal eher Playstation. Und dann werden wir uns da mal ein, zwei Runden gönnen mit den zwei neuen Bussen, die denn im Paket enthalten sein werden. Kommen wir jetzt zu unserem britischen OMSI-Content. Dementsprechend geht es direkt los mit BKG. Denn hier gibt es was Kleines, Feines. BKG, der Entwickler von Pobekos, möchte gern bei seinem Projekt realistische Sounds vom Opta Visionär aufnehmen. Leider ist so ein Bus nur auf der Isle of Wight unterwegs. Der Entwickler wohnt sehr weit weg von der Isle of Wight, daher seid ihr gefragt. Er braucht Spenden in Höhe von 150 Pfund, um die Fahrt und das Equipment für hochwertige Sounds zu finanzieren. Als Gegenleistung erhalten alle Spender eine exklusive Variante vom Olympus, die die normalen Nutzer der Map-Busse nicht erhalten. Ein Spenden-Link für das Projekt ist in der Videobeschreibung. Wir werden auf jeden Fall das Projekt unterstützen, denn die Projekte von BKG sind ziemlich großartig. Gehen wir weiter mit einem weiteren Projekt, und zwar dem Projekt Smarden, welches jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde. So heißt eine neue britische Karte, die jetzt im Fellow Films Forum erschienen ist. Smarden Fictional. Die Karte, so laut Entwickler, eine sehr herausfordernde Karte mit vielen Engstellen und extremen Steigungen. Um diese bewältigen zu können, wird der London City Bus 400 R oder der Enviro 200 MMC empfohlen. So sieht aktuell ein Screechart aus. Die Karte ist jetzt schon verfügbar, könnt ihr euch jetzt direkt runterladen. Allerdings muss man dazu sagen, es wird noch einiges mehr Content benötigt. Schaut da bitte vorher in die Readme mit rein. Kommen wir zum Projekt Mordin. Das Mordin-Projekt stellt eine reale Nachbildung der Londoner Bezirke Mordin-Wimmelton und Sudden dar. In der ersten Version werden drei Linien mitgeliefert. 163 Mordin-Wimmelton, Wimmelton-Sudden und 413 Sudden-Bushey Road-Mordin. In späteren Versionen sollen noch die Linien 156 und die Linie 718 folgen, sowie einen Schienenersatzverkehr für die Straßenbahn. Um die Linie 163 und 164 realistisch fahren zu können, wird der Masterbus Gen 3 als Voraussetzung für die Standard-AI-List benutzt. Die Karte enthält auch zwei Depots. Das Merton-Depot und das in Sudden. Einen aktuellen Blick habt ihr hier drauf. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da gibt es noch einige Bilder mehr, die ihr euch dementsprechend mal anschauen könnt. Kommen wir zu Yorkshire. Yorkshire hat auch wieder einiges zu verkünden. Wir haben jetzt mittlerweile in jeder News eine kleine Info. Und zwar, in den letzten News haben wir davon berichtet, dass das Team von Yorkshire mit Master Switch Studios kooperiert. Nun wurde bekannt, dass die nächste Version von Yorkshire ein Master Switch Studio Payware DLC sein wird. Bei dem DLC wird dann auch ein Bus mitgeliefert, der ein Ticket-Automat des Kooperationspartners Ticketer enthält. Leider ist noch nicht bekannt, wird das Bus-Modell und von welcher Marke der Bus sein wird. Wir werden euch allerdings weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald wir hier wieder neue Informationen haben werden. Aber kommen wir mal zu einem Update, denn auch hier gab es wieder einiges zu berichten. Und zwar von dem Polygon Lightbus. So ist aktuell die Version 1.13 erschienen. Beim Polygon Light ist am Donnerstag ein großes Update erschienen. Nun sind neue Bus-Varianten enthalten, wie zum Beispiel Dreigang-Automatik-Getriebe. Des Weiteren ist ein neuer Ventilator beim Fahrer hinzugefügt worden und das Textur-Update wurde auch angewandt. Das Titelblatt der Zeitung in der Zeitungskiste wird jeden Tag via Internet geupdatet. Des Weiteren wurden sehr viele Texturen vom Innenraum ausgetauscht und teilweise neu modelliert. Und es wurden ein paar Features mitgeliefert, worüber kaum Informationen bekannt sind. Und es wird nur gesagt, nun sind auch ein paar Easter Eggs zum Erkunden vorhanden. Bitte beachtet, dass ihr den Branding-Patch nach dem Update nochmal installieren müsst. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir zu einem weiteren Projekt, zu unserem letzten Projekt und zwar Projekt Arcala. Denn auch hier gibt es was zu berichten. Arcala ist eine große fiktive Stadt in UK. Der Betreiber der Linien ist Greenline. Auf der Karte sind vier Linien enthalten. Eine reine Stadt-Buslinie 23. Zwei Ringlinien 63 und 64 und eine Express-Buslinie. Die X1 gibt es auch noch dazu. Sobald hier wieder mehr Informationen zur Verfügung stehen, werden wir euch die natürlich zukommen lassen. Weitere Bilder findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Und damit sind wir dann auch am Ende unserer News angekommen. Es ist viel zu viel manchmal. Da weißt du echt nicht, worüber du gucken hast. Und zum Glück bin ich früher aus dem Urlaub wieder gekommen. Sonst hätten wir nächste Woche wahrscheinlich noch eine Stunde dran gesessen. Dementsprechend seid ihr jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Wenn ihr natürlich ein Projekt habt, worüber ihr gerne berichten wollt, dann schickt uns das gerne zu. Dann werden wir das gerne hier in den News mit einbauen. Gerne, wie gesagt, auch kleine Projekte, große Projekte. Es sind alle natürlich gefragt. Jeder, der was vorstellen möchte, der kann gerne sich bei uns melden. Und ob auf Instagram, Facebook, Twitter, Discord, E-Mail. Wir sind überall zu erreichen. Dementsprechend bedanke ich mich jetzt und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns nächste Woche zu den nächsten News wieder. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.